Okay, 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 okay. Ah! Hilfe! Hey, warum hat er mich jetzt gekillt? Stimmt mit dem Typ nicht. Aber der Typ ist richtig creepy. Einen floschen guten Tag wünsche ich euch. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. TTT auf dem Einsucht.net-Server. Und ich bin hier schon ein bisschen spät dran, aber ich komme noch rechtzeitig, um den Ganoven das Schwert vor der Nase wegzuschnappen. Dafür bin ich immer bereit. Guten Tag. Verdammt! Aber man muss sagen, der Teddy hat es ernsthaft drauf. Der hat es einfach im Leben zu was gebracht. Muss man ehrlich sagen. Also, der hat es drauf. 1A. Das gibt einen extra Honigtopf für dich. Also, die sind auch heute wieder herrlich. Jetzt meint er, dass mein Teddybär ein Random Killer ist. Oder wie er es sagt, ein Zufallskiller, weil er ihn umgebracht hat. Und diese Antwort einfach, what the fuck? Das Licht war doch rot. Yo, als ob der einfach in den Tester geht als Traitor und sich dann noch wundert, getötet zu werden. Also, mal ganz im Ernst. Wie kann man nur so lost sein? Also, jetzt werde ich hier langsam richtig... Akku, ne? Was ist denn das? Guckt mal. Guckt mal, ich bin unschuldig. Habt ihr gesehen? Dankeschön. So, äh, wer... Was? Ey! Ey, na hör mal. Wer schlägt mich hier? Ich war doch schon drin. Okay, 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 okay. Hä? Ah, ich hab den Kill nicht bekommen. Aber was ist denn mit dem Detective hier? Jeder hat's gesehen. Moment, komm, wir drücken mal alle. Okay, Erdbeer ist auch nicht. Jo. Das war ne schöne Runde. Abgesehen von meinem Teddybären. Der hat mich grad ein bisschen enttäuscht. Ja, jetzt schreibt er auch noch als Traitor. Sorry, hab nicht gesehen, dass du ne Blaurüstung an hast. Also, wie schlecht kann man eigentlich ne Ausrede suchen? Der hat auch für alles ne Ausrede, aber ne richtig schlechte. Das fühl ich so richtig. Guck mal hier, ich hab ein Holzschwert für dich. Ist das nicht klasse? Haha. Mist. Kommt da jemand? Ich spring runter. Okay, einen haben wir schon mal aus dem Weg geräumt. Das werden wir auch... brauchen. Ist da oben jemand? Hey, schlag mich nicht, ey. Hä? Warum? Ah! Hilfe! Hey, warum hat der mich jetzt gekillt? Och man, ohne Witz, die sind heute echt aber alle inkompetentes Fuck, man. Ich werd getauscht und dann rennt er hinter mir her, obwohl ich nichts gemacht hab. Danke. Junge, was bist du eigentlich für ein Knecht, Alba? Mag wer TS oder Discord? Ne, wir sind keine Bros, wir kennen uns nicht. Hör auf damit. Wer kennt's nicht? Hör auf bitte damit. So, Cut Nummer 3, in der Hoffnung, nicht random gekillt zu werden oder einfach nur dumm zu sterben, weil manche ihren Köpfchen nicht anstrengen. Ich weiß echt nicht, warum er mich gekillt hat. Der hat wahrscheinlich gedacht, dass ich mich geportet hätte. Aber das hätte einem doch auffallen müssen, aber so stimmt mit dem Typen nicht. Oh nein. Aber der Typ ist richtig creepy. War ganz ohne Witz. Alle Test. Alle Corona-Test. Corona-Test? Mal fragen. Vielleicht sollen wir einen Corona-Test machen. Ja, okay. Wie viel kostet der denn? Ja, negativ. Nicht lustig. Das war lustig. Guck mal hier. Ich hab gedrückt. War du wie du? Äh. Äh. Ah. Nein. Nein. Ach, komm schon. Oh mein Gott, schon wieder Blamage. Zack. Ich mobst dir alles vor der Nase weg. Dafür bin ich hier. Und jetzt hol ich mir noch das Schwert. Und ihr wartet unten. Ich bin der aus der Bibelgeschichte, der auf den Berg geht. Die 10 Gebote holt. In dem Fall das Eisenschwert. Hallo, du musst unten warten. So geht die Geschichte nicht runter. Hallo. Kannst du dich bitte mal im Skript halten? Schon ne Frechheit hier. Mal ganz ohne Witz. Nö, hast du jetzt davon. Wenn du dich nicht im Skript hältst. Alle Tester oder Tod. Alter, was... Dieser Skinner. Was stimmt denn nicht mit dem? Okay, wie machen wir das jetzt? Wir sind nur zu zweit mit Silberhai. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Ey! Äh, was... Was haben die hier gemacht? So, erstmal boogie. Nein! Hey! Jetzt wurde ich vom Server geschmissen. Was ist denn das? Ach, bitte habt sie gekillt. Ach, nee! Ach, nee! Das war gerade so eine gute Taktik. Gut, ich habe nicht gewusst, dass der andere Teddy da noch drinne hockt. Aber das war so gut. Und mein Team hat einfach nichts gemacht. Ich hoffe, der hat wenigstens dann noch rasiert. Wenn nicht, dann bin ich enttäuscht. Und da ist der Typ mit der Farbenblindheit. Der ist ein bisschen creepy, aber sowas von. Der Typ ist doch verrückt. Ich wärme mich jetzt an der Pflanze hier. Und dann geht es auch schon weiter mit dem Gemetzel hier. Weil was anderes haben wir hier auch nicht im Kopf. Ach, da ist der... Der fängt ja jetzt schon an zu hauen. Also mal ganz ohne Witz. Entweder ist er komplett neu. Oder er ist einfach nur... Vielleicht gibt es nicht nur Behinderungen im echten Leben. Sondern auch im Minecraft-Leben. Vielleicht hat er eben eine Behinderung. Und ist deswegen so ein bisschen komisch drauf. Das weiß man ja nicht. Wir wollen ja niemanden verurteilen. Haha, Pech gehabt. Pech gehabt, Pech gehabt, Pech gehabt. Komm, ich schlag dich, ich schlag dich. Komm, komm her, komm her. Ich schlag dich, schlag dich. Na, hör mal! Ich bin mir nicht sicher, aber... Da liegt eine Lai... Hat der den nicht... Der hat den doch locker runtergeschubst, oder nicht? Nein, ich hab Angst vor dem Typen. Der ist wirklich krank. Was? Wird hier geklappt? Hä? Hey! Stimmt der nicht mit dem? Hä? Wieso? Okay, er ist, er ist, er ist. Ich check heute nichts mehr, ganz ohne Witz. Wir bringen die letzte Runde jetzt noch schnell hinter uns. Und dann... Muss ich einfach so sagen. Ich hab ein Problem. Ey! Was ist das denn für ein 39er? Das gibt eine Anzeige. Also, sowas hab ich ja noch nie erlebt. Sowas hab ich immer in ganzen TTT-Laufbahn noch nicht erlebt. Wie dreist ist das denn? Moment, Moment. Ich will noch... Das andere Schwert ist doch locker noch da, oder? Ja, es ist noch da, es ist noch da. Es ist noch da. Und ich bin der Erste, der es kriegt. Dankeschön. So. Wen verkloppen wir denn heute so schönes? Dich vielleicht? Bitte halt Abstand. Bitte halt Abstand einfach. Danke. Okay, der Thiesmann ist schon mal safe. Was machen die denn hier? Guckt mal. Bitte, bitte, bitte mach ihn. Ich bin einfach nur enttäuscht. Und immer wenn ich mein Schwert nicht in der Hand hab, dann bringen mich alle um. Man kann hier echt niemandem mehr vertrauen. Das sind alles nur noch räudige Mörder und Abschlachter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017